Und damit seid gegrüßt, mein Name Zwerge, Gnome, Hobbits und Enklerdome zu einem neuen Spiel. Das ist eine neue Demo-Version. Wir spielen Slendertweets. Die Demo-Version Indiagnaboof Online 2021 Gamescom Online. Ich würde mal sagen, los geht's. Gibt es auch Musik oder wird es auch wahrscheinlich noch geben. Dann starten wir noch das Spiel. Auf geht's in dieses kleine Horror Abenteuer. Die Demo-Version. Auf geht's. Let's go. Don't make your living selling other people's books when you're trying to write your own. It seems brilliant at first. Immerse yourself in your craft. Get a sense for what's popular. Gather moments of inspiration from the unassuming corners of the world. But immersing yourself in anything, eventually takes its toll. Uh-huh. Ah, shit. You'd think a recurring nightmare would eventually get less, I don't know, nightmarish. I need to take a break. Get out of this room for a bit. Ich habe den Stift auf links, denke ich für schnell eine Handlung. Äh, ja. Jetzt hätte ich noch nie einen Pontius-Klick gespielt. Schon unter der gleiche Albtraum. Ich sollte ein Spaziergang machen. um den Kopf frei zu bekommen. Ähm, kann man sich erst mal umschauen. Jetzt mal so das Schild. Okay, wir sind ja im Hotel, wie es ausschaut. My nerves are too shot to sleep. Ähm, Manuskript. Pflanze. Can imagine plants last long in here. Okay, dann gehen wir mal in den Flur. Wir machen eine Nachtspazierung. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich weiß nicht, was ist. Wenn du mal an den Flur. Genau, wie ist das in meinem umschauen? Ich weiß nicht, ob ich das hier sehe. Ich gebe dir das so viel. Ich kann nicht so weit sehen. Ja, das ist wirklich nicht. Ich kann mich jetzt in der Frut. Sollte es vielleicht bei deinem Ohr einen machen machen? Oh, hier sind die Leute, eine feine Dame. Wer ist Oswaldo? Wer ist Oswaldo? Uh, danke, Frau. Ich bin bei dir. Du erzähl ihm, Gladys sagst du. Wo sind Sie von? Oh, über fünf Blöcke, give oder take. Du leben hier? Warum bist du in ein Hotel? Younger Mann, vacationing ist über Mindset, nicht Distanz. Du hast viel weitergegangen als ich hier sein, aber bist du auf vacation? Ah, gut. Du hast einen guten Punkt. Ah, ha. Du wirst du nicht machen. Ja. Du hast einen Elegant, vielleicht ist es zu Elegant für ein Ort wie dieses. Oh, ich weiß, dear. Träumlich, das ein Verzweifel für ein Hotel ist, der nur von Miles ist. Du wirst es ein, Gladys. Ich wirst du wirst, wenn du wirst du wirst ein halftweig, ein Tei teils. Du wirst du wirst. Du wirst du wirst. Du wirst du mich. Da bin ich mir nicht so sicher. Was hatten wir schon können? Ja, ok. Waschkücher. Natürlich. Geschäftsführer. Ahem. Uh, hello? Hm? I know you. Harvey Green, room 3. Um, do you have a map of town I can borrow? Hm, that's odd. People don't usually ask for maps. You're not in the book. Maybe the morning guy forgot to add me when I checked in. Yeah, maybe. So, map? On the stand behind ya. Stand's empty. Well then, guess I'm out of maps. Guess so. Thanks. No problem. Looks like keys for each room. The Leonard Bakker award for exemplary hospitality. Who's Leonard Bakker? I am. Now cram it. He, exemplary hospitality, my ass. Ja, dann. Town maps. Don't see any maps though. Then we go. The evening air is perfect. I'll give the town that much. It's propped up against an old hitching post. Tisten. Don't. Don't forget. Let's go. Let's go. Let's go here. Let's go. ein einziges Auto auf der Straße. Geht aus der Straße! Okay. Seid ihr, Freunde? Hey, ihr versucht zu getötet? Wie passiert das jedes Mal? Deja vu nicht sogar beginnt zu beschreiben. Geht aus der Straße! Das ist kein Auto. Seid ihr, Freunde? Aha. I'm in Lose. Ja. Ups. Was? Abandoned? Oder schlimmer? Es ist nicht so, dass du das Radio hörst. Und wo ist das Radio? Die Stücke ist in Bücherklippen, Bilder und Schrauben. Aber warum ist hier ein Puzzle in der Mitte? Und was sind diese Puzzle hier? Oh nein, jetzt können wir sie bewegen. Ups. Nein. Jetzt machen wir so ein Puzzle hier. Okay, ich wollte gerade schon sagen, das Spiel... Ich finde das Spiel super. Boah. Es ist... Ähm... Es hat jetzt für mich schon... Ja, jetzt hat es für mich schon einiges an anderer Aktivität verloren. Okay. Das passt da nicht hin. Wir machen das so. Es müsste dann so... Ne, das passt nicht. Es ist scheinbar die Ecke. Das muss hier... Wenn wir das drehen... Ich kann es aber nicht rätselig. Ich bin dafür echt nicht gemacht. Wenn man es drehen könnte, würde ich jetzt noch sagen, ok. Wenn man es drehen könnte, würde ich jetzt noch sagen, ok. Das könnte fast sein, aber... Das könnte fast sein, aber... Ah, hier... Das muss eine kleine Ecke hier unten... Dass es ineinander passt. Und was ist das hin und vorhin? So könnte daraus was werden. Das da unten... Dann nicht mehr so... ... ... ... Irgendwas... Theo... Er hat gotta be more to this than just a crossword the remaining letters spell tell hard a story that now has a body under the floor I hope Oswaldo didn't consider that a source of inspiration this place is a complete mess and that's saying something coming from me sounds like it's coming from in there it's locked why why it doesn't sound like the radio's in there did Oswaldo board up his own windows why there's a crease as if it's been folded up recently am I really going to look under there I have to right huh something down there is it's a key it's a key this looks like it fits stop right there don't move fast good god what the hell's going on in here who are you what's your name my name is Harvey green I'm in town for business I'm staying over at the what business books I sell books I have a card in my pocket can I slowly what's all this on the wall what have you been doing nothing no I I don't know what any of this is bullshit it's true I've been in here for just a few minutes I've been in town less than a day whatever's on that wall it must have taken weeks let's say I believe you why are you in here um the radio was off somebody might heard it from outside I could have sworn a voice on it spoke my name mr. green have you been drinking no I swear shame guess you're just crazy mr. green do you have any knowledge of Oswaldo's current whereabouts no sheriff then I have a missing person on my hands listen me I don't know what the hell's going on in this room I do know that if people caught wind it'd cause a town wide panic so you and I are going to make a deal I let you walk straight back to your hotel and you tell no one about what you saw say a word or skip town and I personally escort you to a jail cell Yes Sheriff good so you got to go down shit shit breaking into a house what was I thinking am I losing it no I swear I heard my name coming from in there I didn't imagine it I couldn't have and even if I did I couldn't have imagined all that other stuff I saw on there I can't just sit in here and ignore it for starters this is the only interesting thing that's happened in months hmm hmm no way I'm getting back to sleep right now hmm 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 what is happening here now? hmm Gehen wir jetzt wieder dort hin oder was? Resikieren wir es? Ich habe keine Ahnung. Ah ok jetzt haben wir einen Wachmann, Officer vor der Tür stehen. Was ist das, Herr Hugo? Ich bin ein Tourist. A Tourist? Wir bekommen viele davon. Willkommen zu Villa Ventana, Herr Hugo. Bleiben wir da. Was ist da? Ich kann nicht auf das, Herr Hugo. Das ist noch unter investigation. Das ist ein crime? Das ist das, Herr Hügel. Das ist das, Herr Hügel. Das ist das, Herr Hügel. Ich hätte nicht gesagt, dass das nicht. Ich könnte mal schauen, Herr Hügel. Ich bin ein... Aspiring, Herr Hügel. Wie ist das? Suspender. Ich bin sorry, Herr Hugo. Wir müssen uns nicht zu tun. Wir müssen einfach nur deine Erinnerung sein. Widers sind gut an das, nicht? Höh. Ich bin sicher, Herr Hugo. Der Herr Hügel zu mir, ist der Herr Hügel. Ich bin sicher, dass ich zu Hause nicht weggegangen bin. Ich bin sicher, dass ich rausgekommen bin? Ich bin sicher? Dass du hier mit dem Kreuzweg befestigen? Ja. Dann, du bist gut. Was ist das so gefährliche? Ich wünsche, ich wusste. Das ist schon fast alles, wenn wir rauskationen, Hm, tschau. Tschau. Mr. Hugo, wouldn't you seem like I could expect I couldn't hear a thing? It's faint, but I'm sure it's there. Listen again. Mr. Hugo, I think you could use a couple more hours of sleep, huh? Are you really not hearing the screaming? It sounds like it's coming from one block over. Please don't take this the wrong way, Mr. Hugo, but our town does have a world-famous psychiatric sanatorium. So, what's that supposed to mean? Nothing, Mr. Hugo, nothing at all. Du bist wirklich nicht hörst du den Schrein? Bitte nicht das falsch, Herr Hugo. Aber unsere Stadt hat ein weltweites Psykiatrisches Sanatorium. Was? Nichts, Herr Hugo. Äh, ja. Bleib sicher. Okay, kann man nicht über die Straße laufen. Ein typischer Mailbox. Huh, das ist ein ganzes Manikin. Little beat up, but it's in one piece. Maybe I could clean it up and sell it. Okay, wir haben einfach eine Schaufensterpuppe in der Hosentasche. Äh, das klar. I don't see anyone in there. Mist, das Fenster können wir nicht gucken. Sumptuous Garments for the discerning elitist. It's closed. Sumptuous Garments for the discerning elitist. It's closed. Aha. Die Wohnung sieht auch nicht üblich aus. I shouldn't venture too far from the hotel without a map. I shouldn't venture too far from the hotel without a map. Okay, dann müssen wir uns eine map versorgen. Ah, alles klar. Also zurück zum Hotel. Get out of the road. Hm, jetzt kommen wir immer noch nicht rüber. Zufall, dass dann immer in der Sekunde rüber langlaufen. Auto kommt. Schau mal in die andere Richtung. Zum Beispiel. Schau mal in die Richtung. Schau mal in die Richtung. Schau mal, ob das ist ein Schnapp. Ah, hier, kleinen Schlenker. Wo bist du gerade? Oh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass du den Zug ist. Schau mal in die Villa Ventana. Schau mal in die Richtung für eine bessere Welt. Schau mal? Ich fühle mich, dass die Tür mehr Hilfe wäre. Schau mal in die Richtung noch nicht. Schau mal in die Richtung. Oh, Scherz! Ja, nachts in den Weisgehen. Gute Idee. Wollen wir vielleicht eine Laterne mitnehmen? Willkommen in die Villa Ventana. Dein Fenster für eine bessere Leben. Okay, gehen wir wieder ins Hotel oder was? Durch mal wirklich meine Stadt-Garante. Und nun, jetzt haben wir einen Schlüssel, Schraubfensterpuppe, Manuskript. Klingt so, als wäre es so weiter auf dem Schreibtisch angeschlossen. Ach so, das ist das Hilfebuch oder was? Na toll. Notfallvortäuschen. Ah ja, mit der Puppe wahrscheinlich. Kleine. Hm, okay. Zimmerservice. So, dieser Waschraum wird unten. Hm. Still locked. Hm. Na, war weh. Zimmerservice auf mich aufmerksam machen. Mal ein Telefon um, wo wir den Zimmer sowas rufen können. Ach so, ähm, vielleicht haben wir den Schlüssel auch dort benutzen. Der war zwar für die Kommode, aber... Kann ja sein. Hm. ... ... ... ... ... I saw some sort of creature at the edge of the forest. Do you have any idea what that might have been? Oh, we'll see the occasional raccoon or skunk. This was bigger than a skunk. It snatched a rabbit and ran away. Ah, a bobcat then. Rare for them to venture so close. Okay, if you say so. I saw some sort of creature at the... Do you... Oh, uh... Where are you visiting from? Oh, you young man. You've checked. Eh, good. Take care. Okay, the room is closed. I'm going to throw the ass a bit over here. And throw the ass a bit over here. I probably shouldn't. I wouldn't know what to do with that. Not going in there. Bad enough that I share a wall with. It looks fine where it is. So. I think I'll go ahead and obey the sign. Not sure if anyone staying in this room. Hmm. Somebody might be in there. Not sure if any... I don't know what to say. Hmm. Could we maybe there on top of it? So, aber wie? So. 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 kommen die schlüssel mal zurückgeben wo es auffällt nö den haben wir schon haben weg geworfen schlüsse können wir vielleicht mal die poppe sehr schön jetzt kommen wir den auf straße schmeißen ist der polizist abgelenkt wir können scheinlaufen sie schauten wie die reale deal mit dem kopf hier geht es nichts Oh shit Das war jetzt, das ist jetzt wirklich ein Unfall Von deinem was? Okay Ich habe zu genug, es ging davon, was er sagt Das müsste man nicht auffallen Das müsste man nicht auffallen, dass wir hier So jetzt schnell Was? 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 No shadows, no light, no shadows, no light, no Coming up next You are next No, it's happening I have to warn Lena Oha Fortsetzung folgt Wir danken dir aus ganzem Herzen fürs Spielen Um den Rest der Geschichte zu erleben, solltest du das Spiel auf deinem Wunschzettel setzen Zum Wunschzettel hinzufügen Ja Dann würde ich sagen, lasst ein Dommys nach oben da, wenn es euch gefallen hat Abonniert diesen Kanal Lasst Ja Fügt das zum Wunschzettel hinzu Wenn ihr den Rest der Geschichte erleben wollt Lasst mal ein Follow da Vielleicht wird es irgendwann mal gespielt Auf diesem Kanal Mal schauen Und habt dann noch einen angenehmen Fürstlich-Tag Haut da rein Ciao Aaaaaah